So, wir sind jetzt hier in der Nähe von Barcelona bei Montserrat und das möchte ich euch kurz zeigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, seht ihr die Gämse hier vorne? Sie hat mich schon entdeckt, aber ich glaube, sie will noch nicht abhauen. Ja, recht gechillt. Und wir werden heute hier oben schlafen und wir hoffen, dass die Nacht nicht so windig wird. Wir haben uns hier ein schönes kleines Plätzchen gesucht. Ab ins Zelt! Kalt ist! Hoffentlich blässt es uns nicht weg. Ich habe jetzt schon ganz viele Steine hier hochgeschleppt, dass das Zelt zum Festmachen ist. Da geht halt die Puste. Guten Morgen! Guten Morgen! Okay. 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 Kalt ist! Kalt ist! Kalt ist! Untertitelung des ZDF, 2020 Mann, wird vom Kalt ist. Musik Musik